was geht dr bros mein name ist dr paul und herzlich willkommen zu was geht dr bros mein name ist dr paul und willkommen zum zwölften part der pokémon blaze black randomizer naslock im letzten part sind wir von stratos city nach rayono city gewandert einmal über die wüste und haben ganz viele neue pokémon gefangen zusätzlich noch gegen die rivalen gekämpft und dabei ist auf super dumme weise unser milter gestorben dafür sieht unser team jetzt ja wieder ein bisschen anders aus denn wie bereits erwähnt haben wir neue pokémon gefangen am ende des parts und diese habe ich jetzt trainiert denn ich bin super happy dass ich noch mal nachgeguckt habe wie es so mit dem level cap ausschaut hier für die nächste arena und holy shit der erwartet uns einiges also ich bin aktuell noch unterlevelt aber wir haben noch ein bisschen was zu tun bevor wir in die arena gehen ich habe jetzt alle pokémon auf level 36 turniert und das ist schon ziemlich starker kontrast denn davor waren wir ungefähr im level 30 31 bereich und da muss ich auf jeden fall noch mal ein bisschen was aufholen das habe ich auf jeden fall dann auch getan und wir schauen mal kurz ins team rein wir haben hier fliege das latios auf level 36 übrigens auch mit dem dragon fang davon habe ich auch zwei gefunden und hier noch zusätzlich den attacken drachen puls drachenklaue luster perch müsste scheinwerfer sein also der signature move von latios und helping hand dann haben wir hier ocarina das dial auf level 36 mit rachen puls metallklaue zerschneider und erdkräfte dtm dafür habe ich nämlich gefunden das ist ganz cool dann haben wir hier oktillerie was wir im letzten part gefangen haben sehr mit oktazooka bubble beam bullet seed und focus energy trägt aktuell scope lens was sehr nice ist denn dieses item verstärkt die krit chance und wir haben noch zusätzlich die fähigkeit sniper die das ganze auch noch mal aufwertet indem es moves verstärkt die krit sind das ist ziemlich gut denn wenn wir jetzt in krit landen dann macht er unendlich viel damage auf jeden fall sehr nice dann haben wir hier kamerupt oder auch mark mit dem solid rock was sehr effektive attacken ein bisschen abspricht auch sehr stark und den attacken intensität lava plume was war das noch mal im deutschen flammen sturm glaube ich müsste flammen sturm sein amnesie und auch hier die erdkräfte mit dem item soft sand und zu guter letzt haben wir hier noch jesse das männliche abok ja guter name mit den attacken poison tail stockpile es spray und spit up poison tail ist gift schweif und der rest ist eigentlich unnötig weil ich nutze wirklich nur diesen einen move zusätzlich habe ich noch das item wahlband gefunden und ich habe es nicht nur einmal gefunden ich habe sechs mal gefunden keine ahnung da lagen einfach sechs wahlbänder rum und jetzt haben wir sechs wahlbänder was auf jeden fall sehr nice ist ja frage des videos oh gott spontan hier weil ich im letzten partner gesagt habe rayonocity ist wunderschön was ist eure lieblings pokémon stadt rayonocity ist es jetzt für mich nicht unbedingt es gibt ein paar mehrere städte die ich gleich ansprechen werde was machen wir heute ich habe einiges auf dem plan wir werden nämlich gleich noch mal in die wüste gehen denn dort gibt es noch einen kleinen ort wo wir ein pokémon fangen können und wir können dort ein fossil bekommen ich weiß nicht ob es vielleicht sogar geändert ist aber ein fossil können wir auf jeden fall bekommen und ich habe zusätzlich noch ein zweites fossil als item gefunden nein da wollte ich noch nicht rein und dann werden wir nach september als city zurück rennen denn dort kann man diese fossile wiederbeleben und vielleicht kriegen wir noch ganz gute pokémon das heißt wir haben hier noch drei encounter offen die ich auf jeden fall holen möchte es sollte nicht allzu lange dauern und danach können wir dann ganz entspannt zu diesem freizeitpark gehen und da noch die sachen erledigen ich denke nicht dass wir in diesem part dass wir in diesem part in arena kommen aber spätestens im nächsten part ja ist auf jeden fall einiges was man hier machen kann so ich benutze sie erst mal okay ich muss das mal so ja so solltiert man sein seine seine tasche hier dankeschön wo sind die super schütze das sind die normalen schütze da super repel alles klar denn ich habe bitte so ich habe keine lust hier die ganze zeit irgendwelchen pokémon zu begegnen da sind noch vielleicht ein paar trainer in diesem gebiet wo wir jetzt hingehen ansonsten habe ich hier alle besiegt weil ja um die fünf pokémon auf level 36 zu trainieren braucht man ein bisschen zeit und dementsprechend auch viele trainer oder pokémon die man besiegen kann deswegen ich wollte jetzt eigentlich nicht so viel besiegen aber hey müssen wir das nicht irgendwie später machen und haben schon mal ein bisschen lasst ihr weg so in diesem ort warte ich habe nicht drauf geachtet es müsste ein neuer ort sein ich gehe gleich noch mal rein und raus ich meine das wären irgendwie keine ahnung die sand sandcastle irgendwie sowas wir werden es ja gleich sehen äh litwig bei dir möchte ich doch ganz gerne rausgehen ähm weil so eine geistattacke kann auch auf fliege äh dann doch ein bisschen damage machen wir wollen es aber nicht riskieren willowisp ist vollkommen in ordnung ähm wir greifen jetzt eh hier mit einem speziellen ruf an deswegen macht mir das nicht zu viele sorgen und um dann nochmal zurück zu kommen zum thema pokémon und äh lieblingsstädte ähm ich persönlich bin äh großer fan von den städten aus der dritten generation äh l jim ist dieses kleine alien ne dann können wir mal in wie werden wir sagen ein bisschen angst wir gehen mal in mark zum beispiel finde ich bad lava statt ziemlich cool ähm ist eigentlich eher so ein kleines dorf was äh sich halt an einem vulkan befindet aber ich fand das damals einfach immer super cool äh mit diesem mit diesem mit der heißen quelle die es da gibt hinter pokémon center das fand ich immer super nice ähm und auch generell einfach diese aufmachung mit dem vulkan und dass man den berg da direkt daneben hat oder eben diesen vulkan wie heißt der nochmal oh gott ich hab diesen namen leider nicht alle im kopf auf jeden fall der coole vulkan der ist ziemlich heiß ähm das fand ich halt immer ziemlich nice äh ich geh mal kurz in ocarina damit wir das hier ein bisschen schneller über die bühne bekommen ähm und vor allem in oras wie es aufgewertet worden ist hat mir sehr gut gefallen dann gibt es noch flossbrunn auch aus der höhenregion ist halt dieses kleine see dorf ähm was ähm hier einfach nur durch diese häuser abgetrennt ist und diese wasserstege finde ich auf jeden fall sehr nice was mich auch da ein bisschen daran erinnert ist in sonn und mond ähm diese eine stadt ich glaube es heißt auch irgendwie alte see dorf oder so keine ahnung auf jeden fall das was man da relativ äh weit am ende erst ähm betreten kann finde ich auch super nice erinnert mich daran ist auf jeden fall ähm ja oder sind so orte die ich ziemlich cool finde oder auch wie heißt das Mahilius city oder so Relic castle ok wir können uns auf jeden fall ein pokémon fangen ähm diese asiatisch angehauchte stadt auch sehr cool aus sonnen und mond da haben sie wie ich finde auch sehr sehr gute leistungen gebracht ähm so die städte und die ganze umgebung von der siebten generation sind echt schick und meiner meinung nach auch ja mit eigentlich am besten manche haben ja so ihre Kritiken mit sonne und mond ähm und ich finde man muss halt in vielen hinsichten irgendwie differenzieren wo ein spiel wirklich sehr gut ist äh ich muss zum beispiel sagen sonne und mond hatte jetzt nicht die krassesten pokémon designs an sich also gibt es einige coole aber so allgemein würde ich persönlich sagen die dritte gen hat die besten designs ähm ist nur meine meinung da kann jeder seine eigene meinung haben oder die erste gen ist dabei auch ziemlich weit vorne dafür zum beispiel auch gen 7 ähm bei mir die beste story also die story ist halt für pokémon verhältnisse echt schon sehr weit ich muss gerade überlegen wer ist du ocean ich glaube das ist dieser blob dieser grüne blob wir gehen einfach mal in mark ähm die story finde ich halt super gut und eben diese umgebung dann was auch vielleicht noch so ein faktor ist die musik äh finde ich gen 5 ziemlich cool und ähm auch story technisch finde ich gen 5 ziemlich cool mal einige kritisieren das ja aber irgendwie verstehe ich diesen ganzen hate bei gen 5 nicht so wirklich ähm da könnte ich es eher nachvollziehen wenn einige leute gen 1 oder so kritisieren weil gen 1 hat jetzt nicht wirklich eine krasse story das gameplay ist nicht so stark die pokémon sind halt super die designs oder einige sind ziemlich gut ähm und eben dieser nostalgie effekt wobei bei mir der nostalgie effekt mehr so äh in gen 1 mitspielt so ich glaube du gibst uns ein fossil oder das sind keine fossilen deep sea tooth und deep sea scale ja ich hätte gerne ein fossil gehabt alles klar dann kriegen wir kein fossil und jetzt bin ich heruntergefallen ähm ja wie gesagt man muss einfach differenzieren jeder hat auch so seine eigenen erfahrungen eigene meinung so wir können uns das item schnappen powerbelt ist ich weiß nicht was das ist kraftgurt irgendwie sowas ist das der ne 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 warte lass mich nachschauen Kampf ne powerbelt das ist irgendwas für die evs alles klar cool wir fangen uns hier das pokémon eben noch haben wir gegen was nice und pachirisu ist es gar nicht mal so kacke weil es ein elektro pokémon ist nur ein elektro pokémon unser team ganz gut abrundet mal schauen ähm komm ich werfe einfach mal ein cherish ball drauf warum denn nicht durch pachirisu das jubelt auch immer herum ähm okay dann halt nicht ja und damit schließe ich das auch ab hier mal zu diesen ganzen generationen also ich habe keine definierte lieblings generation ich finde alle ziemlich cool alle haben ihre stärken und ihre schwächen ähm ich bin zwar schon ein sehr großer fan von gen 3 aber es gibt gen 7 ist bei mir halt genauso ziemlich weit oben ähm da gibt es halt mehrere bereiche für mich wo ich sage ok das ist in diesem bereich ist das meine lieblings generation so pachirisu könntest du vielleicht drin bleiben wär ganz cool ich würde hier nämlich dann doch wieder raus gehen meine schuhe sind ein bisschen sandig alles klar dann eigentlich wir brauchen unbedingt irgendein pokémon das äh äh in dieser generation funktioniert das glaube ich noch dass man auf elektro pokémon donnerwelle einsetzen kann ähm aber ne ich mein wir brauchen unbedingt irgendwie Donnerwellen und Schlafpuder und Alter den ganzen Kram ach come on ich hab nichts dich zu schwächen wirklich nichts ah nein absolut nothing komm noch ein Cherish Ball ich verschwende hier meine verdammten Cherish Balls an dir N-Nest Ball alles klar was zum jesus bitte bleib doch einfach drin Premier Ball Gott verdammt ich will diesen kleinen Scheißnager doch einfach noch in den Ball haben alles klar Pokéball reicht einem so aus ich verstehe schon ähm ja Pachirisu nennen wir einfach mal den Champ weil der war mal der Champ 2014 wer es nicht weiß bei den Pokémon World Championships hat äh ein Spieler gewonnen der ein Pachirisu im Team hatte deswegen ist das der Champ der wahre Champ ok ähm natürlich haben wir jetzt nur dieses eine Fossil wir haben nämlich einen Helix Fossil und das müsste gerandomized sein ich weiß nicht ob wir jetzt schon Fliegen benutzen können ich möchte das mal eben nachgucken wir haben ja Fliegen bekommen im letzten Part und können das Fliegi beibringen weil Fliegi kann tatsächlich fliegen ähm möchte ich Drachenpuls oder Dings verlernen ich möchte nicht zwei Drachenpuls tatsächlich haben und Helping Hand ist noch ganz cool äh nein gib auf bitte so ich wollte nachschauen wie die Stats sind ja Special ist immer noch höher und Drachenklaue haben wir notfalls noch als TM deswegen bringe ich ihm einfach mal Fliegen für Drachenklaue bei und wir schauen mal ob wir fliegen können das finde ich cool dann könnte ich nämlich eben nach Septerna City es geht tatsächlich schon sehr nice dann können wir da eben ähm das Fossil hatchen quasi und dann haben wir noch ein Pokémon was sehr nice ist also ein bisschen Auswahl zu bekommen das lehne ich nicht ab ich werde Pachigrisu jetzt erstmal ablegen weil wir es in diesem Part eh noch nicht trainieren werden ähm das heißt es wird ja auch nirgendwo eingeblendet ah ist da ein Dark Gem das ist cool das äh kann ich mir auf jeden Fall nehmen hier gibt es noch was mit diesen Items oder Move Items ja ok dann nehme ich das direkt mal runter und tue es in den Beutel und dann schauen wir mal vielleicht haben wir Glück und kriegen was super krasses falls es nicht randomized sein sollte dann dürfen wir es gegen einen Encounter auf der nächsten Route eintauschen also auf der nächsten Route wo wir noch nicht waren ähm aber mal sehen hallo ja Helix Fossil bitte was bekommen wir? ein ähm Murkrow das ist hier der Camorx das ist cool Camorx ist cool da fällt mir nur spontan grad kein Name ein ähm dann nennen wir ihn einfach Edge weil er so edgy ist oder so kantig wer weiß mal schauen Level 25 ok das ist cool Bold Nature das ist nicht so cool ähm ich weiß gar nicht falls wir nochmal irgendwann Helix Fossil finden sollten ob das dann wieder ein Kramox wird oder ob es ähm irgendwas anderes ist keine Ahnung ich werde es auf jeden Fall auch erstmal nicht ins Team nehmen das heißt wir haben jetzt erstmal 3 Pokémon auf der Box was mich dann doch ein bisschen glücklich macht dass man halt ein bisschen äh Ausfall hat und auch bergab und ich bin auch sehr zufrieden mit den bisherigen 5 Pokémon das passt auf jeden Fall ich glaube ich habe mich schon geheilt aber ich heile mich einfach nochmal warum denn ich das kann ja nicht schaden und dann begeben wir uns äh dann doch schon ein bisschen eher als gedacht ähm hier zum 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 Freizeitpark genau das ist auf jeden Fall sehr nice mit Fliegen das freut mich echt das äh kann ich dann doch ein paar Wege sparen ähm können wir damit eigentlich irgendwas cooles machen wir können den ne wir können nicht ich habe gerade überlegt ob wir hier irgendwo angeln können oder so aber ne ich glaube da gibt es nichts was wir irgendwie äh noch nicht gemacht haben oder ja da gibt es nichts was wir jetzt irgendwie neu machen können wir gehen einfach äh Richtung Arena genau aber davor fällt mir gerade noch ein ich glaube man kann sich in einem dieser Häuser hier Stärke abholen das könnten wir irgendwann mal gebrauchen glaube du ja Stärke okay gut ich meine hier gibt es auch irgendwo TMs und Items ich gehe einfach nochmal schnell durch bevor wir hier irgendwas Gutes verpassen ähm wir sind echt viele Leute und ich meine irgendwer gibt einem irgendwas nein du nicht du hast mir ein Surfbell gegeben ich glaube das ist diese Glocke ja die äh kann man benutzen um ein bisschen mehr äh Sympathie bei den Pokémon zu bekommen aber es kann auf jeden Fall nützlich werden ist auf jeden Fall nicht schlecht dass wir es haben äh äh lass mich vorbei ich glaube hier ist heute ein Namechanger ne warte der war ein Stratus oder ich meine der war ein Stratus einmal schon vielleicht gibt es hier noch irgendwas Nices oh wir haben Shiny Stones bekommen nice sechs Stück auch was war das nochmal ich glaube für Togetic Togetic kann man zu Togekiss entwickeln und mehr fällt mir tatsächlich spontan nicht ein und okay hier will ich nichts machen gut ähm was mir gerade auch noch eingefallen ist hier gibt es ja auch in Rayono City diese Stadien alles klar unterbricht mich halt hey schaust du nach dem Plasma bla 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 N N ist super cool ich mag N guter Charakter din 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 auf jeden Fall gibt es hier so Sportstadien die fand ich auch mal ziemlich cool und da kann man gut trainieren mhm so wir sind hier na lass uns mir fällt gerade echt nicht das deutsche Wort ein oh Gott Rad wo man sich reinsetzen kann und dann fährt das scheiß man Riesenrad Dankeschön es ist ein schwieriges Wort wir sind so high auf dem Ryzenrad ja Ryzenrad sieht auf jeden Fall sehr cool aus muss ich sagen dem einen oder anderen dem einen oder anderen ist es vielleicht zu pixelig ich finde es ganz cool nett gemacht oh oh Team Plasma mein lord N du bist sicher das ist kein Problem und ähm ja das ist glaube ich auch der Moment genau das ist der Moment wo man erfährt der N der ist vielleicht gar nicht so ein netter Dude wie er immer ausschaut weil er ja bei Team Plasma ist Mensch wer hätte das nur gedacht sechs Pokémon hatte er ja schon immer sechs Pokémon dann war es zum ficken einen Doppelkampf haben wir schon mal einen Doppelkampf gegen ihn gekämpft ich weiß es nicht und dann merken wir aber schon die Level werden dann doch ein bisschen höher Level 33 beide äh wir sind zum Glück noch höher aber wir müssen auf jeden Fall aufpassen so ähm ich möchte erstmal doch ich möchte erstmal dieses Hippopotas loswerden und mit Dialga möchte ich raus wechseln ein was das kriegt von Bodenattacken aufs Maul das kriegt von Pflanzenattacken aufs Maul das kriegt von Bodenattacken aufs Maul alles klar wir machen das anders ähm Helping Hand auf äh Dings auf Dialga und Dragon Pots das könnte klappen ich möchte da einfach keine Bodenattacke abbekommen ein Erdbeben tut dann doch schon ein bisschen weh nice passt doch war gut dass ich mir Helping Hand aufgespart hab kann man auf jeden Fall eine ganze Menge machen Akkupustur hmm boostet glaube ich immer irgendeinen Random Stat Go Let das ist der oh Gott geh doch weg alles klar müssen wir das gleich nochmal machen ich hoffe das reicht weil der ist ein bisschen dicker und der Tank bestimmt ein bisschen mehr aber sollte ausreichen sollte ausreichen wir sind die Alga mit Dragon Claw Pam perfekt oder wie heißt es Dragon Dragon Fang ich weiß es nicht nice okay und Glyga Hohne Scheiß geh doch mal weg mit deinem dummen Drachen Pokémon oh Gott wenn der Nebodiden hat ne wär nicht so nice ey mit Drachen Pokémon Boden Pokémon kein Bock auf den Scheiß geh einfach weg geh weg ey warte drei Boden Pokémon das ist ein bisschen zu viel okay noch eins wie wärs Lavester das ist der kleine Feuer Dude okay da setzen wir einfach Fliegen ein und dass du dich immer nicht bis zum Tode boostest Marakamba war auch ein sehr vergessenes Pokémon wie ich finde kriegst du jetzt erstmal einen Dragon Pulse rein ich glaub das hab ich aber schon mal zu Marakamba gesagt keine Ahnung darf es besiegt aber das sollte durch Sandsturm besiegt werden warum haben die Alga Gruppe so was willst du mir damit sagen ja ok Marakamba es besiegt sehr schön gut nun dürft ihr noch einen Pokémon haben Cygelyph die ach keine Ahnung was es darstellen soll ein richtig abgefuckter Vogel so Fliegen reicht aus ja reicht aus sehr schön dann macht uns das auch keine Sorgen und dann haben wir hier noch diesen komischen Vogel rumstehen Dialga und Latios die regeln das das sind die Drachen Bros Muskie Drachen Bros ach ja stimmt Synchronized trifft irgendwie immer Psycho Pokémon wie macht das nichts ok absolut komischer Move ähm weil ich glaube der trifft nur Pokémon die vom selben Typen sind also ja entweder ein Psycho oder ein Flug Pokémon in dem Fall ähm ja nicht unbedingt sehr nützlich vor allem wenn es dann eben ein Psycho Pokémon ist oder war es nur bei Psycho Pokémon ich weiß es nicht komischer Move sollte man nicht benutzen würde ich nicht weiterempfehlen so endbesiegt ohne Probleme und jetzt redet er noch mit uns ja du wirst den Champion besiegen mach was du willst ich will hier nur im Freizeitpark rumchillen das ist schön hier gut ähm ich werde jetzt einfach mal mit Kamerubt hier ein bisschen was machen weil das ist das ist eigentlich ganz cool dass wir Kamerubt bekommen haben äh schließlich ist die nächste Arena eine äh Dings Arena oh lol Kings Rocks wir finden hier so viele Items mehrfach eine Elektro Arena und da hilft uns ein Boden Pokémon auf jeden Fall aber wir sollten trotzdem auch aufpassen dass uns hier nichts irgendwie böse überrascht und ich liebe diese Arena die ist so schön farbenfroh und äh das Rätsel ist auch ziemlich nice also Gen 5 hat sich dafür äh damit auch sehr viel Mühe gegeben die Arenen äh ganz schick zu gestalten aber ich glaube das hatte ich auch schon mal erwähnt so nebenbei ich weiß es nicht auf jeden Fall gefallen die mir sehr holy fucking shit hast du viele Pokémon ein paar sehr viele aber das ist kein Problem für Mark Mark der ist mein Mann der haut jetzt einfach die Magnitudes hier raus wie nix und äh deine Fake Tears dropen die meinen Angriff oder meinen Spezialangriff meine Spezialverteidigung alles klar Pokémon Meister ich weiß Bescheid ähm ne aber wir können halt auch immer speziell oder physisch äh angreifen mit den Bodenattacken was sehr nice ist und Level 37 das ist auch sehr nice ähm komm jetzt ich hätte nicht damit gerechnet dass Mark so schnell wäre wie 37 reicht wir können auch was mit Jessie machen mit der Jessie ähm schließlich haben wir einen Choice Band und Poison Tail und alles das das passt schon der geht ja auch durch das sind wahrscheinlich alles nur so kleine Elektronager da muss ich mir keine Sorgen machen oder kleine Elektrospinn oh ne scheiß Whatsapp ist so ein süßes Pokémon aber der wird so weggebeutzt holy shit bis nach Kanada gut ja ok das sollte alles kein Problem sein ich wollte auch nochmal nachschauen ähm kann Giftschweif missen ich meine es kann missen oder ich habe es mir einfach nur so im Kopf eingeprägt weil Eisenschweif äh daneben kann und auch ziemlich oft gerne daneben geht aber ich bin mir bei Poison Tail gar nicht sicher weil es ist halt schwächer als Eisenschweif meine ich ich schaue gleich sofort nach ich wollte das die ganze Zeit beim Training machen aber waren wir unsicher und habe nie darauf geachtet ob es daneben gegangen ist oder nicht so äh Funksprung oder Elektroball keine Ahnung aber es sollte nicht so viel Schaden machen ne alles in Ordnung bis jetzt ist auch noch nicht daneben gegangen der Poison Tail was mich sehr zufrieden macht ich wollte halt nochmal die Sicherheit dieses äh Moves checken das wäre ja nicht schlecht ne so schauen wir mal nach Arbok Charrbok Poison Tail ne ok hat auch nur eine 50er Stärke also so krass ist es jetzt auch nicht ähm aber das ist in Ordnung wir tun uns auch gleich mal nach vorne denn dann kriegt es auch ein paar mehr Level und äh Level die sind gewöhnlicherweise ganz gut warte auf mich Wagen bitte danke ist gut ähm ich meine da springen auch gleich irgendwelche Leute aus ihren Wegen raus das heißt wir kommen nicht ganz so easy durch aber das ist ok das ist ok mehr Kämpfe gleich mehr Erfahrungspunkte und die können wir auf jeden Fall gebrauchen weil ich hab doch ein bisschen Angst vor der Arenaleiterin aber ich wollte halt nicht überleveln also ich meine ihr Maximum Level ist 9,30 oder so ah das kann auf jeden Fall anstrengend werden müssen wir einfach mal schauen wir sind auf jeden Fall nicht schlecht gewappnet ich meine wir haben eben Kamerubt mit dem Boden Typen dann haben wir zwei Drachen Pokémon die die Elektro-Tacken eigentlich ganz gut anfangen also sollte eigentlich nichts Schlimmes passieren Elektro-Bus komm das haben wir auch noch um wobei ich hab ein bisschen Angst vor dem Erdbeben to be honest ach fuck ich hab generell ziemlich Angst vor dem ich glaube aber Erdbeben ist dann doch ein bisschen übertrieben oder? oder bitte überzeugt mich von nichts anderem Static das ist in Ordnung Zap Cannon okay geht daneben ähm ne dann sollten wir good to go sein wenn wir jetzt einfach hier in die Eiger gehen oder doch ja doch das sollte passen ich rechne ernsthaft nicht mit einem Erdbeben das passt schon irgendwie Elektro-Ball der sollte auch kein Problem sein ne das sollte überhaupt kein Problem sein gut ähm ach stimmt wir haben ja sogar noch Earth Power auf die Eiger ja ja das macht's ja noch besser das macht's ja noch besser das heißt wir haben ein Drachen Pokémon das die Elektro-Tacken gut abfangen kann und dann noch den Boden-Move also wie gesagt wir sind in der Theorie gut aufgestellt aber ob wir das in der Praxis umsetzen können das weiß ich nicht Oris there ooooh das ist auch nice will ich die Metall-Klaube ja komm weg damit im Endeffekt ist Metall-Klaube nicht so ein guter Move klar ist das Step ähm Jolteon allerdings muss man halt mal bedenken in allen Generationen also in Generation 1 bis 5 ist Stahl nur sehr effektiv ähm gegenüber Gesteins-Pokémon das heißt es bringt nicht so viel in der sechsten Generation hätte ich's mir vielleicht anders überlegt gegen die ganzen lästigen Fäden aber jetzt brauchen wir's eigentlich nicht auch wenn's ein netter Step ist aber wir ich glaub ich hab nicht ein einziges Mal wirklich äh bewusst Metall-Klaube eingesetzt dementsprechend passt das so und Jolteon ist auch weg dann noch ein Pikachu ei ei ach stimmt hier hat Pikachu ja noch einen anderen Ruf das fand ich aber damals echt cool ähm als das in der sechsten Generation quasi hinzugefügt worden ist dass äh Pikachu den originalen Pikachu Anime Ruf bekommen hat fand ich auf jeden Fall sehr nice ist äh immer ganz schön sowas zu sehen so und ein Vati cool ähm das werden wir noch besiegen ich überlege äh oder hab überlegt machen wir jetzt noch den Rest von der Arena oder nicht weil ich glaube da kommen noch so irgendwie zwei Trainer äh ich denk komm wir machen die noch aber dann die Arena also die Arenaleiterin ja ich hab gerade sehr lange nachgedacht die Arenaleitung machen wir dann erst im nächsten Part dann haben wir das eben noch erreicht ähm klar das ist wieder mal so ein cooler Cliffhanger aber ja wir haben nicht so viel Zeit ja wir haben nicht so viel Zeit ich möchte den Part nicht zu riesig machen wie meine Lux da ja ich glaube du bist ja ein Unlicht Pokémon mhm dann möchte ich doch ganz gerne raus wechseln in ähm Kammer 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 ich hab die ganze Zeit auch super heftige Paranoia davor dass hier irgendwer mit nah hin Power-Water rumrennt ist ja nicht so geil und du machst mir viel zu viel Schaden ja ok dann gehen wir in Ocarina gehen wir in Ocarina ja keine Ahnung also es ist gar nicht mal so easy hier erstmal durchzukommen alles klar rob mich halt wieder raus und da ist wieder Kammerup nein ich bleib da nicht drin nein ich vertraue dir nicht Lux da ich seh doch jetzt schon dass du mit einem äh weiteren Night Slash kommst der mich weg critten wird keine Lust ich möchte den Kammerup ganz gern behalten genau da kommt der Night Slash und ich sag so ich seh schon crit alter ja das war ne das war ein richtig heftiger Crit es kann halt mit einer erhöhten Chance critten und das möchte ich nicht riskieren ne ich muss meinen Kammerup jetzt nicht verlieren nicht äh so kurz bevor wir hier bei der Arena da drin sind und nicht erst nach einem Part das wäre mir ein bisschen zu sad wir machen das einfach mit Ocarina der steht hier gerade draußen dann kann er das auch eben erledigen und Pillen Missile macht jetzt gar nicht mal so viel Schaden auf einen Dealker wenn ich ehrlich bin oder wie ich hier sehe oder wie man sehen kann wie auch immer und ja und ja den Jotun können wir dann auch easy rausnehmen ich meine der hat dann sogar ein paar mehrere Pokémon ich hab jetzt nicht ganz drauf geachtet drei wären schön aber ich glaube er hat sogar fünf Magneton ja den machen wir auch noch weg den Magneton ja er hat fünf Pokémon das zieht sich natürlich ein bisschen aber das ist okay ähm die Erfahrungspunkte lohnen sich auf jeden Fall darüber kann man sich nicht beschweren hat auch keine Robustheit immerhin immerhin Elektrode der sollte auch nichts machen außer vielleicht explodieren und das macht unser Diaga auch nicht ganz so mehr also Diaga ist ein super starkes Pokémon äh ich hatte ja schon mal erwähnt dass ich es eventuell irgendwann mal ablegen würde weil es vielleicht zu ja zu sehr ein Autopilot quasi ist weil es halt wirklich eigentlich alles one-headed und eine ganze Menge aushält könnte sein dass ich das mache je nachdem wie viele Pokémon wir noch fangen werden und wie viel mir davon auch wirklich gefallen ähm klar wir haben jetzt nicht die stärksten Pokémon auf der Box aber ein paar ganz coole also sowas wie Krambox oder äh Traumato kann man ja mal ausprobieren ähm mal schauen wie das wird aber jetzt erstmal hier auf diese ganzen Kämpfe konzentrieren also noch noch bleibt Diaga hier und ich sehe gerade wie man äh und vor mir steht quasi und irgendwas anbellt ich hoffe man hört das nicht wenn ihr tut es mir leid gut okay Lanthona ist auch besiegt sehr schön dann müsste uns noch eine Trainerin übrig bleiben und dann haben wir es auch geschafft wenn der Wagen der Meier kommt kommen sie bitte ich würde gerne weiterfahren dich okay dann gehe ich halt wieder tschüss hallo oh den sollte ich jetzt nicht verpassen das wäre ärgerlich gewesen und dann fangen wir weiter ich finde auch sehr schön dass sie das äh quasi nochmal ein bisschen äh auch geremaked haben in den Nachfolgern also schwarz und weiß 2 da steht die Arena quasi hier noch rum die alte ähm mit diesem Karussell ne Karussell nicht Achterbahn blöd Mann durch ich doch durch ich doch kein verdammtes Karussell ähm finde ich auf jeden Fall sehr nice und dass sie dann ja diese Modeshow aufgebaut haben das passt halt auch sehr gut zu der Erinnererleiterin beziehungsweise wurde uns ja auch schon wurde uns das schon gesagt dass sie ein Model ist sie ist ein Model falls ihr es nicht wusstet wir haben die auch schon gesehen natürlich die wunderschöne wie heißt sie noch gleich wie heißt sie im Deutschen keine Ahnung wie heißt sie irgendwie Elisa oder so so äh Flunschlik ja Gehen wir dem Fliegi der sollte das ganz gut abkönnen denn die Einge könnte tatsächlich kritisch werden mit irgendwelchen Bodenattacken möchte ich da nicht rumspielen ähm dennoch werde ich mich sicherheitshalber mal heilen weil wir ihm doch schon ein bisschen Schaden gefressen und das muss ja nicht sein dass wir noch mehr Schaden bekommen ne das setzt du ein Sprungfeder alles klar alles klar ich weiß genau wie ich das umgehen kann also hau ich auch ab das bringt zwar nicht so viel und ich könnte eine Statik abbekommen aber solche Spielchen kann ich auch spielen oder komm Discharge bitte keine Paralyse na nice die wollte ich haben die hab ich gesucht die Paralyse geil hm ok wir gehen für Drachenputz und der soll jetzt wieder bei uns sein oh oh could you please stop stop it please und das macht tatsächlich ziemlich guten Schaden hm Flunschlik bitte nicht ich würde hier ganz gerne einfach nur durch das wäre sehr cool ähm ja würde halt nochmal Sprungfeder einsetzen dann heile ich mich halt lieber weil ähm Paraheiler bringt jetzt nicht so viel ja ok und dann hoffen wir einfach dass wir durchkommen und dann ist dieses Flunschlik auch Geschichte äh cool ok gut dann benutzen wir jetzt Paraheiler komm her kein Bock auf den Scheiß bitte 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 so was hat er eingesetzt ich hab nicht drauf geachtet aber irgendwie hat er nichts gemacht irgendwie ist nichts passiert und wir können Flunschlik rausnehmen sehr schön ja wir 37 für Fliegi zusätzlich das ist nice können wir auf jeden Fall gebrauchen hab echt ein bisschen Bammel vor der Arena aber das passt schon also vor der Arena leider hat Rotom ähm ich geh mal in Ocarina weil mir Mark da doch ein bisschen zu sehr angeschwächt ist bevor wir da irgendwie einen starken Shadow Ball ins Gesicht bekommen so du hast nur noch zwei Pokémon das ist nice Earth Power kann ich nicht einsetzen das Ding schwebt schließlich oder fliegt oder was auch immer Doppelteam können sie das bitte lassen ich möchte einfach nur durch und das reicht aus ich farm mich vielleicht hat die Arena leider dann auch Rotom vielleicht auch in den anderen Formen kann natürlich sein eben Maulga das wird sie zu 100% auch haben ist ja äh auch unsere ihrer Standard Crew dabei und sehr ikonisch wenn ich das mal so sagen darf aber das sollte in Ordnung sein ich glaub nicht dass der Maulga so viel gegen einen Kamropt oder einen Dialger machen kann ja kommt Iron Tail hab ich nicht vorhin irgendwie erwähnt dass diese ganzen Schweifattacken gerne mal daneben gehen da habt ihr es so gut dann dürfen wir jetzt alle besiegt haben ich schau nochmal kurz weiter so ähm ob wir jetzt bei der Erinnerleiterin rauskommen und das ist ein Looping jep kommen wir alles klar das war der zwölfte Part der Pokemon Blaze Black Randomizer Naslog wenn es euch gefallen hat würde ich mich sehr über eine positive Bewertung sehen äh sehen ich hab schon gerade weiter gedacht ich würde mich freuen wenn wir uns wiedersehen aber ich würde mich auch sehr über eine positive Bewertung freuen wenn es euch gefallen hat so erst ähm ja richtig denken weil ich hab ja eigentlich gedacht und dann aussprechen so gut habt noch einen schönen Tag Tschüssi Untertitelung des ZDF für funk, 2017